Ein Gesetzentwurf zur Säule 1 wurde geleakt. Kurz vorneweg, am Wochenende fanden die meisten Global Marihuana-Marches statt. Deutschlandweit haben rund 3000 HandfreundInnen für eine sinnvolle Cannabis-Politik demonstriert. Auch diesen Samstag gibt es nochmal 8 Demos über ganz Deutschland verteilt. Alle Infos gibt es auf gmm-deutschland.de. Kommt vorbei! Auf Twitter kursiert seit Dienstag ein Leak eines Gesetzentwurfs zu Entkriminalisierung, Eigenanbau und Anbau-Clubs. Ob es sich tatsächlich um einen offiziellen Entwurf handelt, ist schwer zu sagen. Inhaltlich passt das auf jeden Fall zu den Eckpunkten und das Datum stimmt mit dem Start der Ressortabstimmung überein. Der Entwurf basiert auf den Eckpunkten, geht aber in vielen Aspekten tiefer ins Detail. Wir haben einiges zu kritisieren. Zum Beispiel sollen maximal 3 Pflanzen pro Jahr im Eigenanbau geerntet werden dürfen, statt wie bisher angenommen so viele Ernten wie möglich, aber von maximal 3 Pflanzen gleichzeitig. Schon bei kleinen Überschreitungen der Besitzmengen oder Pflanzenzahl drohen immer noch Geld- und Haftstrafen. Die Anforderungen an Anbau-Clubs sowie deren Vorsitzende sind ziemlich hoch, was dazu führen könnte, dass sich nicht genügend Clubs gründen und der Schwarzmarkt nicht zurückgedrängt werden kann. Außerdem soll der Konsum nicht nur in den Clubs, sondern auch 250 Meter um sie herum verboten sein. Die Produktvielfalt wird unnötig eingeschränkt. Edibles und bestimmte Extrakte sollen nicht zugelassen werden, angeblich aus Gesundheitsschutz. Stattdessen werden so aber zwei weniger schädliche Konsumformen als das Rauchen erschwert. Beim Thema Führerschein soll der THC-Grenzwert überprüft werden und sich an der Verkehrssicherheit orientieren. Verkehrsminister Wissing hat sich im Bundestag dazu geäußert und will einen möglichen Grenzwert wissenschaftlich evaluieren lassen. Das ist zwar nur ein früher Entwurf und der kann und wird sich im parlamentarischen Prozess noch verändern. Dennoch bleibt es wichtig, aktiv zu werden und seine Meinung zu vertreten. Zum Beispiel auf dem GMM diesen Samstag. Peich edited Untertitelung des ZDF, 2020